Nachdenkseiten Die kritische Website Europa, ein Vasall der USA? Europas Weigerung, erwachsen zu werden Von Alexander Neu Amerikanische Armeeverbände stehen in den westlichen und östlichen Randgebieten des Eurasischen Kontinents und kontrollieren außerdem den persischen Golf Ist der gesamte Kontinent von amerikanischen Vasallen und tributpflichtigen Staaten übersät von denen einige allzu gern noch fester an Washington gebunden wären Dieser Satz über die US-amerikanische Globaldominanz während der Hochphase der unipolaren Weltordnung der Pax America findet sich in dem Buch »Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft« Autor war der einflussreiche US-Sicherheitsberater sowie Außen- und Geopolitiker Seth Brzezinski An dem Verständnis der US-Eliten von Europa und insbesondere Deutschland als amerikanischer, tributpflichtiger Vasall hat sich bis heute nichts geändert Das Elaborat Brzezinskys gilt in der Politikwissenschaft als ein wegweisendes Werk geopolitischer Schriften und knüpft in der Substanz an die Heartland-Theorie des britischen Geografen H.G. McKinder an wonach der Eurasische Kontinent der Schlüssel zur Weltherrschaft bedeute Für Seth Brzezinski ist Eurasien somit das Schachbrett, auf dem sich auch in Zukunft der Kampf um die globale Herrschaft abspielen wird Meiner Wahrnehmung nach kennen zwar einige in der deutschen Öffentlichkeit den Begriff des Eurasischen Schachbretts assoziieren vielleicht auch den Autor des Buches damit Was aber die wenigsten wohl wissen, ist die doppelte Kaltschnäuzigkeit mit der Seth Brzezinski einerseits Machtpolitik und US-Dominanz beschreibt und andererseits welche Rolle er den Verbündeten der USA zugedenkt Vasallen und tributpflichtige Staaten Die, sagen wir mal mindestens unhöfliche Beschreibung der Verbündeten dürfte wohl einer der Gründe dafür gewesen sein dass in der deutschen Debatte, sei es in den Medien, sei es in der Politik oder gar der Politikwissenschaft das Werk gemessen an seiner realpolitischen Bedeutung nicht den diskursiven Stellenwert erhielt den es hätte erhalten müssen Das darf niemanden überraschen Denn welche politischen und medialen Eliten hören schon gerne, dass sie eigentlich nur Vasallen und tributpflichtige Staaten seien Und diesen niederen, ja quasi halbkolonialen Status in den Beziehungen zu den USA müsste man der eigenen Öffentlichkeit auch noch irgendwie sinnbringend vermitteln was allerdings mit dem in Europa viel beschworenen Narrativ der transatlantischen Wertegemeinschaft Im Kontext des Krieges Russlands gegen die Ukraine der zugleich auch ein Stellvertreterkrieg zwischen Russland und wohl auch mindestens Chinas auf der einen und dem globalen Westen auf der anderen Seite ist ist in Deutschland zunehmend auch der Begriff Vasallenverhältnis gegenüber den USA zu vernehmen Nicht unbedingt in unseren Mainstream-Medien Auch nicht im politischen Berlin Schaut man sich indessen die Äußerungen in der Öffentlichkeit an beispielsweise in den Kommentarspalten der Medien und in den sozialen Medien so ist dieser Begriff im Umlauf Nicht zuletzt die gemeinsame Pressekonferenz des Bundeskanzlers O. Scholz und des US-Präsidenten J. Biden am 7. Februar 2022 war hier nicht wenigen ein Aha-Erlebnis Um einer Ungenauigkeit zu entgehen, zitiere ich den Wortwechsel zwischen J. Biden und einem Journalisten Quelle-Pressekonferenz von Bundeskanzler Scholz und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika am 7. Februar 2022 in Washington Frage Herr Präsident, sind Sie gegen Nord Stream 2? Haben Sie die Zusicherung von Bundeskanzler Scholz bekommen, dass Deutschland dieses Projekt stoppen wird, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert? Biden Wenn Russland die Grenze zur Ukraine überquert, wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben Zusatzfrage Aber wie genau machen Sie das? Das Projekt ist unter der Kontrolle Deutschlands Biden Ich verspreche Ihnen, das werden wir schaffen Zitat Ende Damit wurde das asymmetrische Partnerschaftsverhältnis vor der Weltöffentlichkeit mehr als deutlich Nicht nur, dass die für alle sichtbare Sprache und Reaktionslosigkeit von O. Scholz auf diese Dreistigkeit der Weltöffentlichkeit gezeigt hat, wer Koch und wer Kellner ist, sondern auch mit welch öffentlicher Arroganz der Koch den Kellner brüskiert Als sieben Monate später beide Nord Stream Pipelines gesprengt und somit ein Anschlag auf die deutsch-russische Energieinfrastruktur verübt wurde, erinnerten sich so manche Zeitgenossen an die Worte J. Bidens Ob man tatsächlich von einem Vasallenverhältnis sprechen kann, wie es Z. Brzezinski in seinem Werk ausführt oder J. Biden durch seine unverbühmten Äußerungen es suggeriert, darüber mag ein jeder sich selbst seine Gedanken machen Und diese Gedanken scheinen nun auch überraschenderweise den European Council of Foreign Relations, ECFR, umzutreiben In ihrem Policybrief vom April 2023 widmet sich diese in Berlin ansässige Denkfabrik der Thematik mit dem Titel Die Art der Vasalisierung Wie Russlands Krieg gegen die Ukraine die transatlantische Beziehung verwandelt Die für den Normalbürger scheinbar unwichtige Frage, in welchem Verhältnis sich Deutschland und Europa zu den USA befinden, solange es friedlich in Europa ist und der bescheidene Wohlstand nicht angetastet wird, dürfte zunehmend nun auch den Normalbürger interessieren, zumindest wäre es naheliegend Denn die Friedensfrage kann ebenso negativ beantwortet werden, wie der damit verbundene bescheidene Wohlstand künftig nicht mehr so gesichert sein dürfte Es kommen schwere Zeiten auf den Deutschen Michel und die Europäer zu Schon jetzt fließen Milliarden und Abermilliarden der von den Menschen in Europa erarbeiteten Steuergelder als militärische Unterstützungsleistung in die Ukraine Durchaus Gelder, die für das deutsche Gesundheitssystem, für den Klimaschutz, für die Unterstützung Alleinerziehender, für die Bildung, für den Wohnungsbau etc. auch hierzulande dringend gebraucht werden Schon jetzt zahlen Wirtschaft und Gesellschaft die steigenden Kosten angesichts des gestoppten billigen Energieflusses aus Russland und es droht somit eine tendenzielle Deindustrialisierung Deutschlands Blick zurück Bislang haben die Europäer den US-amerikanischen Führungsanspruch mehr oder minder begrüßt und akzeptiert Zumindest gab es keine überwältigenden gesellschaftlichen Gegenpositionierungen Vielleicht einmal von den Friedensprotesten im Kontext des NATO-Doppelbeschlusses Anfang der 1980er Jahre abgesehen Stellte dieser US-Führungsanspruch in Westeuropa doch während der Ost-West-Konfrontation in den Augen vieler Westeuropäer eine Lebensversicherung gegen den Osten dar Selbst nach Beendigung des Kalten Krieges gab es keinen wahrnehmbaren Widerstand gegen eine fortgesetzte US-Dominanz in außen- und sicherheitspolitischen Fragen hinsichtlich des europäischen Kontinents Zweifel an der berechtigten Fortexistenz der US-geführten NATO nach dem Wegfall des Warschauer Paktes und dem Zerfall der UdSSR wurden von Politik und Medien mit der behaupteten Gefahr eines dann entstehenden Sicherheitsvakuums in Europa und damit einhergehend der Gefahr neuer Kriege im Falle eines US-Rückzugs vom europäischen Kontinent entgegnet Und dieses Argument erhielt eine größere passive gesellschaftliche Akzeptanz als ein echter und operativ umsetzbarer außen- und sicherheitspolitischer Neustart im Sinne der im November 1990 verabschiedeten Charta von Paris Diese forderte ein neues, vielversprechendes und progressives Sicherheitsdenken nach der Beendigung des Kalten Krieges Nicht mehr Sicherheit im Blockdenken mit hingegen, sondern unteilbare Sicherheit für alle Staaten in der nördlichen Hemisphäre Was, und das liegt in der Logik dieses Denkens, auch ein Sicherheitsvakuum ausschließt Die Westeuropäer gewohnt, vielleicht mit Ausnahme Frankreichs in der Traditionsszene Goals, geführt zu werden, statt den eigenen Kontinent selbst zu verantworten Und die Osteuropäer, nun froh im Schoße Washingtons zu sitzen, verweigerten tatsächlich, Europa eine Souveränität zu verleihen Die es zu einem eigenen Kraft- und Gestaltungszentrum für die Weltpolitik erheben würde Ja nicht einmal willens, die Sicherheit des eigenen europäischen Kontinents selbst und auch anders zu gestalten Den USA wurde weiterhin die außen-, sicherheits- und geopolitische Karte blanche überlassen Dass der demonstrative Verzicht auf souveräne Politik der europäischen Entscheidungseliten in den USA auf ungeteilte Freude stieß und stößt, muss wohl nicht weiter erläutert werden Stattdessen erweiterten die USA ihr geostrategisches Machtvehikel NATO immer weiter gen Osten und entgegen dem Geist der Charta von Paris Auch hier eine aufschlussreiche Textpassage Seth Brzezinski's aus dem oben angeführten Werk Vor allen Dingen aber ist Europa Amerikas unverzichtbar geopolitischer Brückenkopf auf dem europäischen Kontinent Beim derzeitigen Stand der amerikanisch-europäischen Beziehungen erweitert sich mit jeder Ausdehnung des europäischen Gestaltungsbereichs Automatisch auch die direkte Einflusssphäre der Vereinigten Staaten Umgekehrt wäre ohne diese engen transatlantischen Bindungen Amerikas Vormachtstellung in Eurasien schnell dahin Tatsächlich jedoch leidet die Charta von Paris unter einem Widerspruch Dieser ist auf den ersten Blick kaum erkennbar Bei einem Verständnis sicherheitspolitischer Konzepte springt der Widerspruch indessen rasch ins Auge So legt die Charta einerseits sehr dezidiert fest Sicherheit ist unteilbar und die Sicherheit jedes Teilnehmerstaates ist untrennbar mit der aller anderen verbunden Diese Aussage fordert ein kollektives Sicherheitsverständnis im KSZE-OSZE-Raum Zumindest aber fordert es keinerlei unilaterale Maßnahmen zu ergreifen Die eine geteilte Sicherheit zugunsten der einen und zulasten der anderen Seite darstellen Und somit früher oder später in der Entstehung eines Krieges 2.0 münden Inklusive Rüstungswettlauf und Eskalation wie wir sie derzeit erleben Die Passage und das Versprechen des Westens Moskau gegenüber die NATO nicht zu erweitern Stand und steht in Übereinstimmung genau mit diesem Konzept der ungeteilten gemeinsamen Sicherheit Demgegenüber findet sich auch folgende geschickt formulierte Passage Die das ganze Konstrukt konterkariert in der Charta von Paris In diesem Zusammenhang bekennen wir uns zum Recht der Staaten ihre sicherheitspolitischen Dispositionen frei zu treffen Also die freie sicherheitspolitische Bündniswahl Beide Ziele sind in der Praxis nicht harmonisierbar Da entweder gemeinsame Sicherheit, institutionalisiertes Sicherheitskollektiv oder zumindest entsprechendes Verhalten oder geteilte Sicherheit mitunter Verteidigungsbündnis als Konzept nur umsetzbar ist Da die Charta von Paris allein bei der Nennung beider Konzepte wesentlich häufiger und auch im Geiste des Dokuments als Folge der Zäsur 1989-91 die gemeinsame ungeteilte Sicherheit benennt hat dieser Ansatz definitiv Vorrang, sollte man denken Protagonisten einer unbeirrten NATO-Osterweiterung verweisen jedoch ausschließlich auf die freie Bündniswahl und unterschlagen auf diese Weise das eigentliche Ziel der Charta von Paris nämlich der Schaffung eines ungeteilten gemeinsamen europäischen Sicherheitsraums Mit der Erweiterung der NATO bis in den post-sowjetischen Raum hinein wurde dieses Sicherheitsverständnis der unteilbaren Sicherheit immer mehr zu einer Makulatur für Sonntagsreden mehr noch Sie erzeugten wachsende Spannungen mit der Russischen Föderation Diese fühlt sich nach eigenem Bekunden nicht nur mit Blick auf das Versprechen der Nichterweiterung der NATO und der Nicht-Einlösung der Charta von Paris getäuscht Russland fühlt sich nach eigenen Aussagen darüber hinaus angesichts der Verlagerung insbesondere US-amerikanischer militärischer Infrastruktur und Truppen bis an seine Grenzen durch die NATO bedroht Dieses russische Bedrohungsgefühl mag man als Hirngespinst abtun Man mag es im NATO-Hauptquartier als unbegründet bezeichnen und als lächerlich zurückweisen Entscheidend ist aber, wie Russland die NATO-Ostexpansion für seine Sicherheit bewertet und nicht wie die NATO sich dazu positioniert Und das Ergebnis der russischen Bewertung der NATO-Osterweiterung ist seit dem 24. Februar 2022 für jeden sichtbar Spätestens seit dem Tag des Angriffs hätte eine Debatte über Sinn und Unsinn der NATO-Politik der offenen Tür stattfinden müssen Die Leitfrage hätte sein müssen Schafft die Osterweiterung Sicherheit und Stabilität in Europa oder gefährdet sie diese nicht vielmehr? Der offene, völkerrechtswidrige Krieg Russlands gegen den NATO-Aspiranten Ukraine dürfte als Hinweis genügen Das Konzept der fortgesetzten Ausdehnung des NATO-Blocks und damit das Festhalten an dem sicherheitspolitischen Konzept der geteilten Sicherheit statt der ungeteilten Sicherheit wie auch in der Phase der Ost-West-Konfrontation schafft nicht mehr Sicherheit, sondern Misstrauen, Ängste und letztlich Spannungen, also Unsicherheit Wer nicht drin ist, NATO, der ist draußen Und wer draußen ist, gegen den richtet sich ein Verteidigungsbündnis potenziell Denn Verteidigungsbündnisse machen nur Sinn, wenn es einen potenziellen Aggressor gibt gegen den man sich verbündelt, ansonsten wären sie sinnlos Aber welchen Zweck erfüllt die NATO-Osterweiterung? Für wen bildet die Verlagerung der militärischen Infrastruktur bis an die Grenzen Russlands einen Vorteil? Für Europa ist eine neue Teilung des Kontinents 800 Kilometer weiter östlich Entfernung ehemals innerhalb deutscher Grenze bis Brest-Weißrussland sowie ein erneuter Rüstungswettlauf nicht von Vorteil Zumindest vermag ich ihn nicht zu erkennen Einen Vorteil bietet die Expansionspolitik eindeutig den USA Und diese Feststellung ist kein Anti-Amerikanismus Siehe Z. Brzezinski's Elaborat Stichwort Amerikas unverzichtbarer geopolitischer Brückenkopf auf dem Eurasischen Kontinent Nicht minder deutlich durch G. Friedman Der in einem Vortrag auf einer Tagung des Chicago Council of Global Affairs 2015 ganz offen von einer Annäherung Deutschlands und Russlands als Gefahr für die US-Hegemonie in Europa warnt Fakt ist Die USA verbuchen mit der Erweiterung des Militärbündnisses enorme geostrategische Raumgewinne in Osteuropa Und natürlich wird in Einflusssphären gedacht In Moskau wie auch in Washington und Peking Ja auch in EU-Brüssel Das gehört zur Wahrheit Man nennt es, auch wenn es Politmoralisten nicht gefällt Schlichtweg Realpolitik In Europa wird es nur euphemistisch mit Werten etikettiert Da es sich ansonsten so anachronistisch und amoralisch anhören würde In dem von angeblich machtpolitischem Denken völlig befreiten Europa Als weiterer Vorteil für die USA erweist sich die außerordentlich starke Loyalität der osteuropäischen Staaten Eine Loyalität, die gegenüber den USA wesentlich ausgeprägter ist als gegenüber EU-Brüssel Und das spezielle Verhältnis dieser Staaten wird auch von den USA gegen potenzielle Alleingänge der EU-Führungsnationen Frankreich und Deutschland genutzt Sollten diese nicht auf Kurs sein Man denke nur an die Einteilung Europas durch den damaligen US-Verteidigungsminister D. Rumsfeld Dieser teilte Europa ein in das neue Europa, welches den US-Angriffskrieg auf den Irak unterstützte Und das alte Europa zu förderst Frankreich und Deutschland, welches sich dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg im Trio mit Russland widersetzte Damit scheint das Machtzentrum Europas sich von Paris und Berlin nach Osteuropa mit Polen an der Spitze und unter US-amerikanischem Wohlwollen zu verlagern Die Verlockungen, die Trophäe des Sieges im Kalten Krieg über Moskau in eigene strategische Vorteile umzusetzen Dominierten insbesondere in den USA über einen Neuanfang europäischer Außen- und Sicherheitspolitik im Sinne eines neuen sicherheitspolitischen Verständnisses Das ist für die USA legitim, für Europa ist es hingegen sicherheitspolitisch schlichtweg fatal Es lag und liegt einzig an den Europäern Sie hätten das Stoppschild heben können und müssen mit Verweis auf die Charta von Paris, die auch von den USA unterzeichnet wurde Jedoch taten die Europäer genau dies nicht Mir ist völlig unverständlich, dass die Europäer sich bis heute außerstande sehen oder sich sogar weigern, die alleinige Verantwortung für den eigenen Kontinent zu übernehmen Mehr noch, sie delegieren praktisch die Verantwortung nahezu gänzlich an die USA Eine Macht, die viele tausende Kilometer getrennt durch den Atlantik von Europa entfernt ist und somit sicherheitspolitische Entscheidungen zu treffen vermag Die für die Europäer extrem nachteilig sein können, die USA aber nicht gefährden So beispielsweise der faktisch einseitige Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag 2019 mit anschließender Kündigung beider Vertragspartner Nuklear bestückbare Mittelstreckenraketen würden in einem Krieg zwischen der NATO und Russland Europa zerstören, nicht jedoch die USA Europäisches Einschreiten zur Rettung des INF-Vertrages? Fehlanzeige Überraschenderweise lehnten auch die Europäer ab Warum? Es geht doch um die europäische Sicherheit Es hätte ja nur zwei Ergebnismöglichkeiten gegeben Entweder die Waffensysteme verfügten über die im INF-Vertrag verbotene Reichweite oder eben nicht Bei ersterem hätte ein Vertragsbruch festgestellt werden können Und hätte Moskau eine vollumfängliche Inspektion vor Ort plötzlich doch nicht zugelassen, dann wäre die Frage ebenso geklärt Mithin, der Austritt der USA aus dem INF-Vertrag wäre in beiden Fällen gerechtfertigt gewesen Das Nichthandeln der Bundesregierung wurde in dem Antwortschreiben seinerzeit mit einer bemerkenswerten Aussage begründet Der INF-Vertrag sei ein bilateraler Vertrag zwischen den USA und Russland Europa könne da nicht einwirken Wie bitte? Es geht um europäische Sicherheit und wir Europäer können da nicht einwirken? Was für ein Armutszeugnis europäischer und deutscher Selbstbehauptung Und diese Verweigerungshaltung führt dazu, dass die USA auf dem europäischen Kontinent schalten und walten können, wie sie wollen Auch zum Nachteil Europas Mehr noch Nun sollen die Europäer für den jahrzehntelang gewährten US-Schutzschirm sich solidarisch verhalten, nämlich im Konflikt mit China Diese Forderung hat in den Augen Washington eine gewisse Logik, nämlich dass Solidarität eben keine Einbahnstraße ist Die Tatsache, dass das US-amerikanische Engagement in Europa während der Ost-West-Konfrontation kein reiner Akt gelebten christlichen Altruismus gewesen ist, ahnt der geneigte Leser Europa und Deutschland US-Vasalen Während Z. Brzezinski in seinem Werk die europäischen Staaten als amerikanische Vasalen und Tributpflichtige Staaten bezeichnet, sieht der ICFA nur die Gefahr einer Vasalisierung Europas In der Zusammenfassung stellt der ICFA folgende fünf Aspekte fest Die Europäer sind sich auch in entscheidenden strategischen Fragen immer noch nicht einig und blicken nach Führung in Washington Im Kalten Krieg war Europa eine zentrale Front im Wettbewerb der Supermächte Nun erwarten die USA, dass sich die EU und das Vereinigte Königreich ihrer China-Strategie anschließen und werden ihre Führungsposition nutzen, um dieses Ergebnis herzustellen Es wäre für beide Seiten Unklug Europa zum amerikanischen Vasalen zu machen Die Europäer können ein starkerer und unabhängigerer Teil des Atlantischen Bündnisses werden, indem sie unabhängige Kapazitäten zur Unterstützung der Ukraine entwickeln und größere militärische Fähigkeiten erwerben Statt den drohenden Vasalenstatus dahingehend aufzulösen, ein emanzipiertes Europa mit eigenen, auch neu zu definierenden Interessen, eigenen Methoden der Interessenwahrnehmung und eigenem progressiven Außen- und sicherheitspolitischem Denken vorzunehmen Es sind keinerlei Einsichten der ECFA-Autoren zu erkennen, das anachronistische, sicherheitspolitische Konzept der geteilten Sicherheit als gescheitert zu bewerten Im Gegenteil, die Forderungen des ECFA besagen nichts anderes als ein Weiter-so Nur mit mehr militärischen Fähigkeiten Europas als Ausweis gewachsener Selbstständigkeit, mit denen man dann eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit den USA gestalten könne Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Wir hören uns um eben an zu können, wenn Sie sich um den Kanal abonnieren und uns abgeben, gerne unseren Kanal abonnieren und auf der Reihe Wir freuen uns über die Seite, wenn Sie auch bei uns abgeben, sind Sie eine gute Idee, wie eine junge切karte Redakt hat und Sie können uns abgeben das Ganze auf einmal in die Novelle